Hallo und herzlich willkommen auf der Green Stage der Digital Finance Conference 2023. Ich freue mich sehr, wir haben heute über 400 Personen hier vor Ort, die gemeinsam mit uns die Zukunft der Finanz- und Versicherungsbranche gestalten möchten, sich austauschen möchten und voneinander lernen möchten. Mein Name ist Bianca Cockert, ich bin beim Bitkom Referentin für das Thema digitale Transformation, werde hier heute auf der Green Stage durch den Tag moderieren. Ich freue mich darauf auf jeden Fall schon sehr. Ich hoffe, Sie alle auch. Ich hoffe, Sie haben schon ein bisschen was mitnehmen können auf der zweiten Stage. Ja, heute geht es um die Zukunft des digitalen Finanz- und Versicherungsökosystems. Wir werden über Verantwortung der Branche sprechen, disruptive Geschäftsmodelle aufzeigen und darüber sprechen, wie wichtig branchenübergreifende Kooperationen sind. Der erste Schritt bei Kooperationen ist ja immer das Vernetzen. Deshalb habt auch ihr heute die Möglichkeit, euch nicht nur vor Ort mit den anderen Teilnehmenden zu vernetzen, sondern auch über unsere App. Über unsere App, da einmal der QR-Code zum Scannen. Ladet die App gerne runter, tauscht euch mit anderen aus, vernetzt euch, nutzt die App, um während der Vorträge auch mit zu diskutieren, Fragen zu stellen und eben auch ins Programm zu schauen. Wir haben heute ein tolles Programm vorbereitet, daher können wir eigentlich auch direkt starten. Ich freue mich sehr, die Teilnehmenden unseres ersten Panels auf die Bühne zu rufen. Sie sprechen mit uns über den War for Talents der Fintech-Branche. Herzlich willkommen Karin Tvardon, Ben Ruschin und Sascha Deewald. Und ich freue mich sehr, für die Moderation an meinen Kollegen und Referenten für das Thema Digital Banking und Financial Services zu geben, Lukas Maschalek. Ja, Dankeschön Bianca und ich freue mich, dass ihr auch schon alle so zahlreich hier erschienen seid, einfach um das spannende Thema zu beleuchten. Ich gehe direkt in Medias Res, Fachkräftemangel auf der einen Seite, Entlassungswelle auf der anderen Seite. Wie gehen diese beiden Trends zusammen? Wie sieht der Hiringmarkt heute aus? Wie verändern sich die Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch an Unternehmen? Darüber freue ich mich heute, ein namhaftes Panel gewonnen zu haben. Ich spreche unter anderem mit Karin von CIHO, von Scalable. Sascha, SVP, Retail Banking, Bursche für alle, sagt es mir im Vorgespräch. Auch dankenswerterweise Vorstand bei uns im AK Fintechs und Digital Banking. Und Ben Ruschin, Managing Partner bei Big Cheese Ventures. Bevor ich anfange mit meinen Fragen, möchte ich euch gerne den Hinweis geben. Wir werden am Ende noch zwei, drei Fragen stellen, dass ihr auch einfach eure Gedanken loswerden könnt und unser namhaftes Panel befragen könnt. Da kommen wir später darauf zurück. Aber jetzt geht's los. Insbesondere Tech-Unternehmen und skalierende Startups haben zu Beginn des Jahres reihenweise Leute hinlassen. Kurtes Eingangsstatement zu euch vom Anfang. Wer hat gerade die Oberhand? Arbeitnehmer, Arbeitgeber? Gibt es nach Jahren des Fachkräftemangels nun endlich einen Überfluss? Karin, magst du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Also aus meiner Sicht ist es nach wie vor ein Arbeitnehmermarkt. Also ja, es gab definitiv eine Veränderung zu letztem Jahr, wo es schon sehr stark getrieben war von, wir müssen eigentlich dem Markt hinterherrennen und schauen, dass wir diese Talente bekommen. Der Kampf war definitiv noch intensiver, als das jetzt ist. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor Talente, die umkämpft sind und viele Firmen, die einstellen. Und die Talente, die wir zum Beispiel für Scalable gewinnen wollen, sind insbesondere Tech-Talente und die sind gefragt wie zuvor. Und deswegen gibt es vielleicht eine Ausbalancierung, aber nach wie vor sehen wir doch die Arbeitnehmer noch in der Oberhand, wenn man es so sagen will. Ich stimme Karin zu. Ich glaube, hier haben wir noch keinen Diskurs. Vielleicht kommt er gleich. Es ist ein Arbeitnehmermarkt und ich finde, das ist gut so. Und ich glaube, da hat tatsächlich auch so die letzten Monate und die letzten zwei Jahre auch richtig nochmal was bewirkt. Und ich glaube, es geht schon auch darum, dass man sich halt wirklich dann auch zusammen eine Beziehung, eine Partnerschaft halt irgendwie aufbaut zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und das ist halt auch auf Augenhöhe unter fairen Bedingungen passiert. Und ich finde, dafür ist es eine sehr gute Entwicklung. Ja, also ich glaube auch, es ist und bleibt ein Arbeitnehmermarkt, aber die Krise hat schon sehr viel relativiert. Ich war jetzt gerade in San Francisco zwei Wochen, habe mich dort mit vielen Entwicklern auch unterhalten, die von Layoffs betroffen waren. Und da hat man schon gemerkt, es findet schon ein bisschen eine Sensibilisierung statt. Und dieser Rausch, den wir in den letzten Jahren hatten, auch vor allem in der Startup-Szene, bedingt durch die Liquidität, die einfach am Markt vorhanden war und wirklich breitflächig verstreut wurde, hat sich jetzt doch einiges auch eingebremst. Und wir sehen das auch bei den Softwareentwicklern, mit denen wir uns austauschen, dass da schon ein bisschen eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Du sagst direkt bei den Softwareentwicklern und eine spannende Frage, die ich mir immer stelle. Gibt es Unterschiede jetzt zwischen Startups, Skalena-Unternehmen oder auch Konzernen im Kampf um die Talente? Also ich denke für Startups, da herrscht oft eine jüngere Kultur. Da wurden die Hirings in den letzten zwei, drei, vier Jahren großteils gemacht. Und dadurch hast du auch ein ganz anderes, oft diverseres Umfeld. Bei vielen Konzernen ist einfach noch so eine alte Denke vorhanden. Also bei euch ist das sicher anders, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt denke an staatsnahen Konzernen mit 80% Männern in der IT, da ist es natürlich schwer, über Diversity zu reden und dann irgendwie Tech-Talente für dich zu gewinnen, denen halt dieses Thema einfach klarerweise ganz wichtig ist. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, Konzerne sind so und Startups sind so. Es gibt auf beiden Seiten unterschiedliche Fälle, aber tendenziell hast du bei Startups natürlich ein Umfeld, das du besser schärfen kannst und gestalten kannst für Tech-Talente. Sascha, wolltest du direkt eine Replik geben? Ja, ich glaube, das hat sich total so entwickelt. Also ich meine, wenn ich mir nur unser Thema anschaue beim War for Talents, ist es, ich glaube vor fünf Jahren, als ich zur DKB kam, waren unsere Hauptwettbewerber beim Recruiting noch die Berliner Volksbank und die Berliner Sparkasse. Das hat sich radikal geändert. Mittlerweile ist es Scalable, ist es Raisin, ist es Ellenware, ist es Klana, N26. Wir haben für uns gesagt, wir wollen zur Tech-Bank werden, also zur Technologiekonzern mit Banklizenz. Das heißt, wir buhlen um genau die gleichen Talente. Und das eine ist natürlich immer Attracting the Talent. Das bedeutet halt, wo kriegen wir die alle her, weil wir fischen im gleichen Teich. Was sind die Inzentivierungsmaßnahmen? Sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal drüber, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Ich sage mal, Obstkorb versus Homeoffice ist es vielleicht nicht mehr ganz. Aber es ist ja auch das Thema Retention. Das heißt, wenn ich halt irgendwie viel Zeit in neue Menschen investiere, möchte ich die nicht nach Wochen, Monaten oder vielleicht nach einem Jahr wieder verlieren. Das heißt, was ist der Glue? Wie kann man mit Kultur, mit Philosophie Themen schaffen, auch mit Inzentivierungsmechanismen, um die Talente länger zu halten? Ich glaube, da gleichen sich beide Seiten so ein bisschen an. Aber ich bin bei dir und ich bin echt happy darüber, dass die wirklich ewig gestrigen großen Konzerne das immer noch nicht richtig verstanden haben und deswegen aber auch diesen Vorteil oder diese Secret-Source noch lange nicht verstanden haben. Du sprachst gerade an diesem Glue, dieses Verständnis für das Unternehmen, diese Verbindung. Wie hat man das denn geschafft? Du sprachst ja auch an Krise, Corona, das in dieser Zeit aufzubauen. Gab es da Best Practices? Habt ihr da Ideen, Beispiele? Ich kann gerne mal starten. Also ich denke, das, was jetzt allgemein auch, wenn man so über die Gen Z zum Beispiel spricht, aber auch die Millennials, also ich denke, es geht durch alle Schichten sozusagen der Belegschaft, gab es schon einige Themen, die wir auch durch interne Service herausgefunden haben, die unseren Mitarbeitenden besonders wichtig waren. Die Nummer eins ist auf jeden Fall die komplette Flexibilisierung der Arbeitslocation. Also das heißt, wo arbeite ich wann? Wir haben ein Setup, wo man Remote, Hybrid oder On-Site arbeiten kann und das sehr flexibel gestalten kann. Das andere ist auch das Arbeitszeitmodell. Also wann arbeite ich? Kann ich meine Familie zum Beispiel drumherum bauen und das sehr gut miteinander integrieren? Workation oder Working from Abroad war auch ein Thema, was unseren Mitarbeitenden sehr wichtig ist und ich denke auch ein Trend ist, der nicht mehr weggeht. Und das als Firma bereitzustellen und möglich zu machen und mit Technologie zu unterstützen, waren so für uns zumindest Key-Treiber, um unsere Mitarbeitenden glücklich zu machen. Das klassische Büro in Kapstadt also. Ganz spannend, dass du das erwähnst. Ich glaube, Bitpanda hat im letzten März ja auch quasi das Modell eingeführt. Nimm so viel bezahlten Urlaub, wie du möchtest. Lukas wird ja auch später sprechen hier auf der Bühne. Könnt ihr da mithalten? Könnt ihr das auch anbieten? Ich fange mal an. Das machen wir so nicht. Also ich meine, wir bei der DKB, wir haben 30 Tage. Ich finde das echt schon viel. Ich schleppe da immer noch eine ganze Menge von rum aus den letzten Jahren. Das ist vielleicht nicht so das Vorbild. Aber wir versuchen uns ja quasi auch an die Fintechs, an die großen Startups irgendwie ranzurauben. Wir sind kein börsennotierter Konzern. Das heißt, wir vergeben keine Aktien. Wir haben aber auch kein ESOP. Das heißt, auch Zukunftsmodernisierungsgesetz ist für uns nicht so relevant. Was wir aber auch sagen ist, bei uns gibt es den Obstkorb. Es gibt die Clubmart. Es gibt den Tischkicker und Co. Wir haben vor fünf Jahren mittlerweile die Code Factory gegründet bei uns, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht die coolen Tech-Talente direkt in den Bankkonzern reinschmeißen, sondern wir wollen das ein bisschen ausgründen. Wir wollen aber Software selbst entwickeln. Das heißt, vom Product Owner über den UX-Designer über den echten Entwickler haben wir jetzt über 150 Menschen da versammelt. Und die bauen in einer sehr coolen Umgebung quasi die nächsten Produkte und Funktionalitäten für uns. Wir sagen aber auch ganz klar, das heißt, wir versuchen euch die Incentives der neuen Welt mitzugeben, aber wir verkaufen euch auch die Sicherheit. Denn bei uns gibt es keine Layoffs. Wir hatten halt irgendwie weder in Corona noch jetzt auch in der Massenlayoff-Phase keine einzige Entlassung. Wir stellen weiterhin ein. Seit 30 Jahren wachsen wir und wir wollen das halt auch weitermachen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich so moralischer Kompass. DKB steht ja für Nachhaltigkeit, für Werte rund um Nachhaltigkeit. Auch das so seit einer ganzen Weile. Und das ist sowohl in der Attraction, aber vor allem in der Retention wahnsinnig relevant. Und ich würde sagen, last but not least, ist es halt auch die Kultur. Wir haben eine sehr lange Unternehmenszugehörigkeit und ich sehe da gerade zwei Kolleginnen von mir, Grit und Tina, die haben sowas geprägt. Das ist so dieses blaues Blut. Das sagen die mir immer, seitdem ich auch schon da bin. Das ist so dieses Thema, die haben Identität für den Konzern, weil sie es wirklich cool finden, da zu arbeiten. Und ich hoffe, das sagen die nicht nur, sondern das meinen die auch und das sieht man auch immer. Und das versuchen wir dann mit den Neuankömmlingen auch in der Code Factory zu verbinden, weil wir sagen, diese Identität, diese DKB-DNA wollen wir einfach miteinander verschmelzen. Und das geht in die Philosophie dann über, dass man sagt, es ist halt das gleiche Wertegrößt und wir wollen einfach ein fairer, cooler Arbeitgeber sein, wo sich die Leute wohlfühlen. Purpose ist ein Riesenthema, worüber wir auch gleich noch sprechen werden. Aber ich glaube, das ist so der Treiber für alles. Also ich bin ja heute hier für Big G's Ventures, aber ich habe We're Developers mitgegründet 2017. Das ist eine Community für Softwareentwickler. Ende Juli, by the way, größte Developer-Konferenz der Welt in Berlin. Und was wir halt gesehen haben bei unseren Kunden und bei den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ist, da wo es Schwierigkeiten gab, ist, wenn die HR oder die Entscheiderinnen in der HR die Tech-Talente-Zielgruppe nicht verstanden hat. Die haben sich zu wenig mit den Studien befasst, die haben zu wenig Fokusgruppen gemacht, die haben zu wenig ihre Prozesse mit der IT entwickelt. Also wie machen wir Recruiting, was ist wichtig, wie schaut dieses Package aus? Und da kann natürlich etwas reinkommen, wie ihr könnt so viel Urlaub machen, wie ihr wollt. Ich glaube, das ist eher eine Marketing-Maßnahme, weil wenn jetzt wirklich ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anfängt, da zehn Monate im Jahr Urlaub zu machen und nur noch sporadisch ins Büro kommen, dann funktioniert ja das Unternehmen auch nicht mehr. Aber dieser Mix an unterschiedlichen Dingen, wie wird kommuniziert, wer ist im Top-Management? Also wenn du Schwierigkeiten hast mit den Personen im Top-Management, das zieht sich wie ein roter Faden durchs ganze Unternehmen, dann bringt das alles nichts, die Incentives und die Benefits, die du halt anbietest. Und so eine Kultur zu schaffen, in der sich auch alle wohlfühlen, Tech-Talente, auch andere Talente, das dauert halt Jahre. Also das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Und da muss man sich einfach bewusst sein, dass ein paar Dinge schnell umgesetzt werden können, wie zum Beispiel die Entscheidung, jetzt unbeschränkten Urlaub zu gewähren, aber andere Dinge einfach sehr, sehr viel Zeit brauchen, bis die dann wirklich in die Gänge kommen. Spannend, dass du das sagst. Und ich musste ein bisschen lachen, Sascha, blaues Boot. Man sieht immer deine Schuhe, ich glaube, dein Erkennungsmerkmal, die DKB-Sneaker. Wie schafft man das in einem Unternehmen? Wie schaffen das auch junge Startups, dieses Gefühl, wir haben ein Purpose, wie bringt man das denn rüber? Das würde mich gerne einfach brennend interessieren. Also für ein Startup ist es natürlich sehr, sehr viel einfacher als jetzt für ein großes Konzern. Interessiert mich auch, wie ihr das macht, aber du hast am Ende ein Leadership-Team und die geben die Vision vor und die Mission und das muss halt alle mitreißen. Und wenn du das Gefühl hast, unsere Gründer sind nur da, um irgendwie abzucachen und wir sind einfach nur Zahnräder in ihrer Maschine, um diesem Ziel da beizusteuern, dann wird das nicht funktionieren. Und wir haben ja auch einen Call gehabt vor dem heutigen Panel, wo wir darüber gesprochen haben, wie verhalten sich Gründerinnen und Gründer auch außerhalb der Firma. Wir kennen immer wieder so Fälle, wo einfach in der Kommunikation Dinge passieren oder in der Verhaltensweise von Startup-Gründerinnen, vor allem in einer Phase, wo es vielleicht besonders gut läuft und wo ihnen dann vieles zu Kopf steigt. Und da muss man halt wirklich aufpassen, was tut man, wie gibt man sich in der Öffentlichkeit, weil das macht halt vieles kaputt. Alkohol auf Weihnachtsfeiern und so weiter. Da gibt es genug Beispiele, die jetzt in den Medien auch kursiert sind. Und da kennen wir sehr, sehr viele Fälle, wo einfach diese Disziplin nicht vorhanden war und Fehlverhalten alles gedreht hat. Aber ich glaube, um deine Frage zu beantworten, in einem kleinen, jungen Unternehmen ist es natürlich sehr, sehr viel einfacher, so eine Vision, eine Mission und diese Energie zu verbreiten unter den Mitarbeitern als in einem Konzern. Aber das könnt ihr wahrscheinlich widerlegen. Also ja, es ist, glaube ich, schwieriger, einfach nur, weil du einfach viel mehr Menschen mitnehmen und mitreißen musst. Und trotzdem sind es die gleichen Themen. Du brauchst eine Vision, du brauchst ein Mission-Statement, du brauchst Werte, die du durch das ganze Unternehmen, durch den gesamten Konzern durchtreiben kannst. Und ich sage immer, auch bei uns, der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn der Vorstand bei uns, ich sage mal, oberstes Organ, meine Chefs da nicht in die gleiche Richtung arbeiten, dann merkt man das. Und man merkt es halt bis zum Praktikanten. Und das muss sich halt ändern. Und das ist das, woran wir versuchen, einfach mit sehr viel Transparenz halt irgendwie ranzugehen. Weil wir sagen, unser eigenes Wertesystem ist das, was die DKB in guten, aber vor allem auch irgendwann in schlechten Zeiten, immer mal tragen wird. Was grundsätzlich auch funktioniert, ist, dass man gerade bei, ich meine, wir sind halt 5000 Kolleginnen und Kollegen, dass man immer sehr viel Einblicke transparent im Unternehmen weitergibt. Wir versuchen etwas, das nennt sich halt wirklich Upskilling. Wir sagen, wir wollen zum Technologiekonzern mit Banklizenz werden. Das heißt, wir müssen den Bankern mehr erklären, was ist Software? Wie funktioniert Softwareentwicklung, Softwarearchitektur? Was ist auch die IT der Zukunft? Gleichzeitig müssen wir aber auch den Techies noch erklären, warum sie das hier eigentlich alles tun und wofür auch Regulatorik und Aufsichtsrecht und Co. gut und vielleicht gar nicht immer so ganz schlecht ist. Und wir versuchen halt in vielen Seminaren, die zusammenzubringen und auch tatsächlich einfach auf unterschiedlichste Ebene zu heben. Wir haben einige KollegInnen, die noch im letzten Jahr bei mir im Privatkundenbereich waren, die mittlerweile halt jetzt Software entwickeln, weil wir sie über Upskilling drei Monate lang in einen Coding Bootcamp gesteckt haben. Und mittlerweile sitzen die auf der anderen Seite in der Code Factory und bauen die Produkte tatsächlich halt irgendwie mit Programmiersprachen, für die sie halt vorher verantwortlich waren aus einem anderen Bereich her. Spannend, dass du jetzt diesen, ich nenne es jetzt nicht Dualismus, aber diese zwei Punkte ansprichst. Einmal die jungen Praktikantinnen und Praktikanten und auf der anderen Seite die bereits im Unternehmen vorhandenen Mitarbeitenden. Fangen wir einfach an mit den Jüngeren, Generation Z, Gen Z. Viel zitiert, sie wollen die 20-Stunden-Woche, sie wollen nur vier Tage im Monat arbeiten. Ist das in der Fintech-Welt genauso? Müssen wir anders mit der neuen Generation umgehen? Karin? Also das ist auf jeden Fall so. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht nur für die Gen Z gilt, sondern das ist die Generation, die es am lautesten äußert und auch in den Medien am lautesten danach schreiend präsentiert wird. Tatsächlich denke ich aber, es sind universelle Werte, nach denen die Generation strebt, von denen alle in der Belegschaft profitieren. Das sind eben Dinge, die man unterschiedlich betrachten muss, auch im Recruiting. Also das heißt, wie spreche ich diese Generation an? Vielleicht auch auf anderen Kanälen. Was wir da sehr stark sehen, ist eine Sozialisierung des Arbeitslebens. Also wir bekommen zum Beispiel intern oft Feedback. Ich habe euren CEO bei YouTube-Format XY gesehen und das ist für uns wesentlich erfolgreicher, als Stellen zum Beispiel auf bestimmten Jobportalen auszuschreiben. Während wir eben eine ältere Belegschaft, also älter meint in dem Sinne älter als die Gen Z, doch über die klassischen Kanäle eher ansprechen und dort ja vielleicht dann doch eher auf die Jobportale gehen, auf ein bestehendes Netzwerk, interne Employee Referrals oder eben auch Sourcing, also aktive Ansprache. Das fängt im Recruiting an und dann auch das Zusammenbringen im Unternehmen, obwohl ich sagen muss, dass wirklich diese Themen, die ich vorhin genannt hatte und die wir jetzt auch besprochen haben, wie diese Flexibilisierung der Arbeitswelt, Diversity und Inclusion, das sind universelle Erwartungen inzwischen. Die gelten nicht nur für die jüngere Generation. Ja, dann hoffen wir, dass möglichst viele Leute auch den YouTube-Stream hier angucken werden, beziehungsweise das Format im Nachhinein und sich dann denken, jetzt bewähre ich mich bei der DKB oder bei Scalable. Und wie sieht das aus mit älteren Kollegen? Sascha, du sprachst die Code Factory an. Wie können wir es schaffen, die effizient einzubinden? Total. Also ich meine, alle Leute reden über Gen Z und ich finde, das ist richtig und ich stimme dir total zu, Karin. Das sind diejenigen, die es endlich mal laut aussprechen, was alle denken. Und trotzdem sind auch nicht alle Gen Z willens, nur irgendwie 20 Stunden die Woche halt irgendwie von Bali zu arbeiten, sondern wir haben halt irgendwie auch viele KollegInnen, die halt irgendwie sagen, ich komme halt regelmäßig in die Bank, weil ich will bei meinem Softwareentwicklungsteam halt irgendwie sitzen und ich will das halt fühlen. Und auch die wissen, haben einen sehr hohen Work Ethics, das heißt, die arbeiten halt auch wirklich viel und sehr performanceorientiert. Nicht alle, aber so eine Pauschalisierung ist halt immer schwer. Aber was ich halt glaube, ist tatsächlich unabhängig davon, gibt es einfach so viele andere Gruppen, wie zum Beispiel die Älteren, die Integration von den Älteren, die in allen Unternehmen halt irgendwie sind, aber die halt die ganzen Krisen schon kennen, die auch die Produkte schon kennen, die die Kompetenzen und die fachlichen Skills auf jeden Fall schon haben und auch, das wird ganz oft vergessen, die sich weiterentwickeln wollen. Ja, nur wenn jemand halt irgendwie 45, 50, 55 Jahre alt ist und 20, 30 Jahre im Unternehmen ist, heißt es nicht, dass er oder sie ein Leben lang halt auf dieser Position sein wollen, sondern auch die wollen abgeskillt werden. Und ich glaube, wenn man darin investiert, egal ob jetzt auf der fachlichen oder auf der Führungsebene, dann kann man da ganz, ganz viel auch nochmal rauskitzeln. Und bei denjenigen, die schon gezeigt haben, dass sie richtig viel Performance für die Unternehmen reinbringen und das auch willens sind, für die Zukunft noch weiter zu tun. Machen wir mal einen kurzen Backtrack nochmal zu den Benefits. Wir haben ja jetzt in Deutschland auch immer die Frage, wie gehen wir mit dem Fachkräftemangel um? Und die Bundesregierung hat jetzt auch mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz in der ersten Lesung einen Vorschlag gemacht, dass wir das angehen können. Wie relevant seht ihr das? Benötigen wir Fachkräfte aus dem Ausland? Und da vielleicht auch die Frage, was für Interessen haben die? Haben die Interesse an der ESOP-WESOP-Lösung oder wollen sie lieber sichere Strukturen, gute Bezahlung? Ja, natürlich brauchen wir Talente aus dem Ausland. Also ich glaube, wir haben einen internationalen Talentemarkt. Es gibt sicher Märkte, wo der Fachkräftemangel im Binnenmarkt nicht so stark ist, wie er vielleicht jetzt hier ist, aber du hast einen internationalen Talentepool und die Talente sitzen halt nun mal nicht in deiner Stadt oder in deinem Land, wenn du sie gerade brauchst. Vielleicht nochmal auf dieses Thema mit den Benefits und mit den Arbeitsstunden zu kommen. Ich lebe in Österreich, dort möchte die sozialistische Partei jetzt institutionalisieren, dass es diese 30-Stunden-Woche gibt und das gesetzlich verankern. Ich halte das für keine gute Idee. Also ich verbringe circa vier Monate im Jahr in Israel. Dort arbeiten die Leute fünfeinhalb oder sechs Tage in der Woche. Die haben 90 Unicorns. Ich weiß nicht, wie viele haben wir hier? Weniger. Deutlich weniger, ja. Aber die haben ein Zehntel der Bevölkerung, die wir hier haben. Es gibt eine Korrelation zwischen Arbeitszeit und Produktivität. Und jeder Startup-Gründer, jede Startup-Gründerin weiß, wenn du zum Beispiel ein neues Unternehmen gründest, in den ersten Jahren arbeitest du einfach wirklich viel. Da geht das nicht mit 30 Stunden oder 20 Stunden, sondern da arbeitest du wahrscheinlich 50, 60 Stunden. Und ich glaube, dass wir uns nichts Gutes tun, wenn wir immer mehr Benefits und immer weniger Stunden und ein immer bunteres Bild malen in unseren Unternehmen, weil wir die Mitarbeiter halt dann auch, weil wir die negativen Effekte, die wir halt alle spüren, auch beim Recruiting und die Schwierigkeiten, die wir haben, die züchten wir halt auch selber heran. Also ich habe einen Freund, der hat eine IT-Firma mit, ich glaube, 150 Mitarbeitern, Großteils Tech. Und das ging so weit, dass ein Mitarbeiter ins Office kam, der hat die Luftfeuchtigkeit gemessen und hat sich dann darüber beschwert, dass die Luftfeuchtigkeit zwei Prozent höher ist, als es durchschnittlich ideal war. Das artet halt zum Teil schon aus. Und noch ein Beispiel, ein Freund von mir hat ein Unicorn hochgezogen, die mussten relativ viel Downsizing machen. Und in einer Abteilung, da habe ich mit dem Abteilungsleiter gesprochen, das war eine Customer Service Abteilung, da haben sie, glaube ich, von 150 Mitarbeitern zwei Drittel entlassen müssen. Und ich habe ihn dann gefragt, was war eigentlich vorher und nachher anders? Und er hat gesagt, eigentlich war da nicht viel anders. Also wir haben trotzdem unsere Ziele erreicht, wir haben trotzdem dieselbe Produktivität gehabt wie vorher. Und das war ein Case, wo es sehr, sehr viele Benefits gab, insbesondere auch diese Flexibilität, was Stunden und so weiter betrifft. Einer der Themen, die die halt hatten, war halt, dass die Produktivität einfach gesunken ist. Die sind halt sehr, sehr schnell gewachsen und haben laut Businessplan ihre Hiring-Strategie verfolgt, aber die Produktivität war nicht gegeben. Und ich glaube, da müssen wir uns schon wieder ein bisschen besinnen und bei den Kandidatinnen, die wir halt auch in die Unternehmen holen, herausfinden, möchtest du wirklich für dieses Unternehmen arbeiten und warum willst du für diese Firma arbeiten? Ist das nur, weil du hier eine 30-Stunden-Woche hast und ganz viele Benefits und Firmenauto und so weiter? Oder möchtest du wirklich mit uns an unserer Vision arbeiten und hier was vorwärts bringen? Und darüber sprechen wir nicht gerne, aber ich glaube, alle Recruiter und alle, die in der HR arbeiten und alle in Entscheidungspositionen, haben das schon immer wieder im Hinterkopf, dass wir es ein bisschen übertreiben. Und am Ende geht es doch darum, eine Leistung zu erbringen, die einen Effekt hat, die ein Ziel verfolgt und dann Produktivität schafft. Applaus aus dem Publikum. Aber nur die Hälfte. Die andere Hälfte ist ein bisschen kritischer. An dieser Stelle gerne die Einladung. Falls Fragen im Publikum sind, einfach melden. Dann würden wir das Mikrofon vorbeibringen. Ich sehe, das Mikrofon läuft jetzt langsam. Sascha hat es vorhin gesagt, zum Thema Kultur, zum Thema Purpose, durch die Organisation durchtreiben. Das klingt für mich sehr nach Top-Down. Müsste das Thema Kultur und Purpose nicht eigentlich eher bortnämmer abgestaltet werden? Frage geht an alle. Aber Sascha hat es gesagt. Dann fange ich auch mal an, fairerweise. Also du hast total recht. Du kannst Kultur nicht Top-Down reinmanagen. Also kannst du probieren, wird nicht klappen. Also glaube ich jedenfalls nicht. Da gibt es auch sehr unangenehme Beispiele. Wir haben ja auch vorhin schon eins gehört. Hashtag Weihnachtsfeier. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass der Funke gesät wird. Und das muss im Top-Management passieren. Weil wenn sonst halt auf den unterschiedlichsten Ebenen halt viel mit Kultur und Mindshift passiert und das Top-Management ist aber halt irgendwie nur noch ein Verein von alten weißen Männern, dann wird da nichts passieren. Sondern auch das Thema Diversität, Inklusion etc. Und was auch immer die kulturelle Basis sein soll, muss dort mitgetragen und immer wieder mit reingedrückt werden. Und am Ende glaube ich aber auch, es ist an jedem Einzelnen. Aber es gibt immer diejenigen, die die Kultur immer so ein bisschen mehr noch treiben und die anderen halt irgendwie mitnehmen. Und ich glaube, die muss man erkennen und auch dann im Unternehmen tatsächlich halt ganz eng binden und auch immer wieder dazu enablen, das auch machen zu dürfen. Wir haben jetzt gerade so ein großes Diversity-Projekt bei uns. Und wir haben ganz klar auch gesagt, diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, müssen alle Freiheiten dazu haben, auch unabhängig von ihren Führungskräften, dass sie ihren Funken immer weiter halt vorantreiben können. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich kann gerne mal dran anschließen. Also ich sehe es auch so. Ich war bei einigen Unternehmen und die Unternehmen, die besonders erfolgreich waren in ihrer Value Proposition, die sie an die Mitarbeiter weitergegeben haben, waren die, wo die originäre Idee, wie die Values aussehen sollen, wie die Vision aussieht, kam immer vom Top-Management. Meistens vom Gründer selbst. Und diese Person hat in der Regel dann geschaffen, sich ein Umfeld zu schaffen, wo die Personen die Werte mittreiben, schon auch mitgestalten. Aber der Kern dieser Values kam vom Top-Management. Und in der Tat ist es aber sehr von Vorteil, wenn diese Values eben Values beinhalten, die eben Partizipation ermöglichen oder eben den Mitarbeitenden dazu auffordern, zum Beispiel hierarchieübergreifend zu denken oder Diversity und Inclusion zum Beispiel als Standard Value mit zu integrieren. Und wenn das gegeben ist, dann funktioniert die Zusammenarbeit gut. Wenn sie ausschließlich bottom-up kommen würde, glaube ich nicht, dass es funktionieren würde. Ja, ich schließe mich dem an. Also die Führungskräfte sind gefordert. Am Ende schauen die Leute zu dem oder der CEO. Und wie verhält sich diese Person? Es geht um Wertschätzung, es geht darum, bestimmte Werte vorzuleben und auch nahbar zu sein. Ich glaube, je größer das Unternehmen wird, desto wichtiger ist, dass die Vorstände oder Geschäftsführer nahbar und greifbar sind und einfach vorleben, was sie sich auch von ihren Mitarbeiterinnen erwarten und wünschen. Hallo, Verena von Raisin. Ihr hättet ja vorhin auch um den Kampf um Talente gesprochen. Jetzt haben wir alle ein sehr, sehr schwieriges Jahr hinter uns, gerade die Fintech-Branche. Wie viel Kampf ist da tatsächlich noch? Oder sind gerade nicht eigentlich alle eher in einer abwartenden, ach, lieber mal nicht wechseln, lieber mal die sichere Bank verfolgen? Also in welcher Phase sind wir? Wie viel Druck spürt ihr noch? Ja, bitte. Dann starte ich gern. Also ich muss schon sagen, ja, im Moment ist es vielleicht ein bisschen mehr Jammern auf hohem Niveau, als es noch vor einem Jahr der Fall war, weil es in der Tat weniger Jobs im Markt gibt, die Firmen ein bisschen vorsichtiger sind, wie viele sie ausschreiben, wie viel sie auch einstellen. Nichtsdestotrotz, die Talente, die wir suchen, sind halt nach wie vor die, die auch von anderen Firmen sehr begehrt sind. Das heißt, wir müssen uns nach wie vor bemühen, eine starke Employer-Brand zu haben, ein sehr guten, schnellen Recruiting-Prozess auch aufzusetzen, der ja auch die Person dann motiviert, bei uns einzusteigen und sie dann eben auch langfristig zu halten. Das heißt, der Druck ist nach wie vor da, weil eben der Markt, in dem wir uns bewegen, auch nach wie vor umkämpft ist. Aber um darauf auch einzugehen, ich glaube schon, dass sehr, sehr viele Tech-Talente jetzt sensibilisiert worden sind. Also dieser Rausch, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, es war viel Geld am Markt, alle haben investiert, die Aktien gingen rauf, Crypto ging rauf. Es war eine wirklich gute Stimmung, vor allem in der Fing-Tech-Branche und plötzlich war die nicht mehr da. Die Tech-Talente, mit denen ich mich unterhalten habe, jetzt sowohl hier im deutschsprachigen Raum als auch in den USA, da war schon sehr, sehr klar erkennbar, wenn sie einen guten Job haben, sind die happy, dort mal zu bleiben und haben nicht diesen Drang, da jetzt wieder rauszugehen. Trotzdem sehe ich bei, also Beispiel jetzt San Francisco, die Entwickler, die da zum Beispiel von Google entlassen wurden und ähnlichen Firmen, die haben schon Jobangebote, die reinkommen und die verdienen alle ihre 200.000 Dollar aufwärts im Jahr, aber die schauen sich schon ganz genau an, was sind die Werte des Unternehmens, was passiert da im Top-Management, welchen Sinn erfülle ich und ich glaube, es geht sehr, sehr stark neben dem Gehalt, was immer noch Top-Priorität ist bei Tech-Talenten, geht es schon sehr stark darum, was habe ich für eine Sinnstiftung, was bewirke ich mit der Leistung, die ich hier bringe am Ende des Tages und das darf man halt als Arbeitgeber nicht vergessen, auch in Zeiten, wenn man gerade nicht den großen Hiring-Sprint hat. Ich würde jetzt nochmal die Möglichkeit geben zu antworten, Sascha, falls du interessiert. Willst du, obwohl die Uhr schon runterziehen? Ja, das ist natürlich die Gefahr, ansonsten war es auch ein schönes Schlusswort, wenn man sagt, Resümee, lieber in einer geilen Bude arbeiten und was bewegen, als zu viel. Gutes Resümee von Benz. Dann bleibt mir nur noch ein großes Dankeschön zu sagen und ich übergebe wieder an Bianca. Danke. 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 Danke.